Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker Filmmarks. Ich handel 60 Sekunden bis 2 Minuten mein Starttrade beträgt 2000 Euro. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien im Metatrader 5. Ich hoffe, dass ich um diese Zeit noch einen guten Einstieg finde. Das ist in der Vorweihnachtszeit nicht so einfach. US-Dollar, Yen. Sieht ganz gut aus. Allerdings müsste der Kurs noch etwas fallen. Ich suche weiter. US-Dollar Cut. Hier steige ich ein. Alles gut aus. Der Kurs ist sehr volatil. Der Kurs ist sehr volatil. Den ersten Trade habe ich leider nicht gewonnen. Ich vergebe nochmal drei Plätze für mein Privat-Einzelcoaching 10K pro Monat. Wenn du dieses Video siehst, bitte melde dich umgehend bei Interesse. Danach nehme ich keinen neuen Kunden mehr. Den letzten Trade habe ich knapp gewonnen. Perfekt. Im nächsten Jahr geht es dann weiter. Ich denke mal Mitte Januar. Viele beginnen da ihre Ausbildung. Bei mir einige auch erst später. Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest. Bis dahin. Adios.